Im September diesen Jahres, also im September 2020, stellte BMW offiziell die R18 in der First Edition vor. Ich nutzte am Wochenende die Gelegenheit, das Motorrad mal genauer anzusehen und erste Eindrücke anzufangen. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie ein 1800 Kubik Boxer startet. Wow! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020